Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. HDMI-Sync-Box. Ich beginne gleich mit dem iPhone SE. Darüber hat der Achim ja gestern schon gesprochen. Das neue, günstige, in Anführungs-Schlusszeichen, für Apple-Verhältnisse natürlich günstige, aber wie ich finde auch, ja, ein super günstiger Einstieg in die iOS-Welt oder um da zu bleiben. Das ist ab heute nämlich im Verkauf. Ab heute 14 Uhr könnt ihr das vorbestellen. Und ja, leider hat meine Frau erst in zwei Monaten Geburtstag, deshalb dürfen wir noch ein bisschen warten, aber das werden wir für sie auf jeden Fall ordern, denn ja, endlich hat sie wieder dann ein iPhone. Wird sie haben in der Zukunft, mein Gott, Deutsch manchmal. Dann der HomePod. Da sind ja in den letzten Tagen ein bisschen Gerüchte hochgekommen und bei 9to5Mac hat man da ein bisschen im Source-Code rumgewühlt. Dieser ist nicht mehr auf iOS-Basis ausgeliefert worden. Das heisst, das letzte Update auf die Version 13.4 des HomePod-Betriebssystems ist nicht mehr ein iOS, also ein direktes iOS, sondern neu ist es TVOS. Also die Absplitterung für die Apple TV, was auch da jetzt drauf läuft. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Stromverbrauch damit nicht mehr so stark geregelt werden muss. Und man munkelt auch, weil der A8-Chipset, das, was Apple da eingesetzt hat, was aus früheren iPhones kommt, damals noch aus dem, was war das, iPhone 6, 6 Plus, aus dem Jahre 2014, dass dieser ab iOS 14 bei iOS generell ausgemustert wird. Das heisst, dass die iPhone 6, 6 Plus etc. wahrscheinlich kein Update mehr bekommen und dann würde natürlich auch das HomePod herausfallen. Und das möchte man natürlich nicht bei so einem, ja, doch preisintensiven Smart Home Assistenten, was aber auch sicherlich nicht unpraktisch ist. Das Ganze passiert jetzt, wie gesagt, auf TVOS. Und somit hätten wir jetzt eine dritte Gerätekategorie, welche das Apple Home Universum unterstützen, wenn ihr nicht zu Hause seid. Denn wenn man von aussen das Apple Home steuern möchte, braucht man ein TV, also ein Apple TV, das läuft, durchgehend läuft, als, ja, Gateway quasi oder ein iPad, was stationär zu Hause angesiedelt ist. Und in Zukunft wahrscheinlich dann eben auch ein HomePod, was definitiv nicht verkehrt ist und da auch vielleicht das eine oder andere mehr verkaufen könnte. Wir dürfen gespannt sein. Und ja, die Hoffnung ist ja bei vielen immer noch, dass ein HomePod Mini oder was Günstigeres in dem Bereich rauskommt. Wir werden es sehen. Samsung hat auch ein neues Smartphone ins Rennen geschickt. Schon ein bisschen länger vorgestellt. Jetzt ist bekannt, ab wann es in der Schweiz starten wird. Und das ist nämlich ab dem 22. Mai kommt das A41. Der günstige Einstieg bei Samsung jetzt auch in der Schweiz auf dem Markt in verschiedenen Farben und Ausstattungen. Und ab 229 Schweizer Franken bekommt ihr da ein, ja, durchaus vernünftiges Android-Device, was ein guter Einstieg ist, wenn man in der Richtung einsteigen möchte. Und bei Samsung gibt es ja in letzter Zeit auch fleißig Updates. Somit im Vergleich zu anderen sicherlich nicht der verkehrte Weg. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit Microsoft 365. Anfang des Monats habe ich schon davon gesprochen, der neue Name für die Office Suite wird kommen. Und jetzt ist klar, wann. Ab Dienstag, also am kommenden Dienstag, dem 21. April, wird der Dienst umbenannt in eben Microsoft 365. Das heisst, aus Office 365 Home wird dann Microsoft 365 Family. Und aus Office 365 Person wird dann Microsoft 365 Single. An den Preisen ändert sich nichts. Dafür kommen neue Funktionen hinzu. Funktionen ist das zum einen ein Online-Editor für Social Media, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was da noch alles mit dabei ist, das könnt ihr im angehängten Newsbericht dazu lesen auf daily.geektalk.ch oder in den Shownotes eures Podcatchers. Dann habe ich noch ein kleines Update zu dem schon vor längerem veröffentlichten Tutorial des begleitenden Modus in TikTok, also das geht vor allem Eltern etwas an. Da drin kann man oder wird zusätzlich neben den ganzen begleitenden Geschichten, die man da machen kann mit Bildschirmmanagement, mit einem eingeschränkten Modus, also dem Zeugs, was die Kinder nicht sehen sollten. Und eben generell dem Begleitungsmodus. Kommt hinzu, dass per 30. April Direktnachrichten für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren automatisch deaktiviert werden. Finde ich auch nicht der falsche Weg. Dazu werde ich nächstens was bloggen auf dem bloggipsi.ch-blog, wie meine Mädels, die ja 4, 8, ne 4, 9 und 11 sind, wie die kommunizieren dürfen. Ja, Hashtag Papa Spielverderber in diesem Internet mit ihren Freunden und Freundinnen und worüber sich die anderen Mütter und so weiter freuen dürfen. Oder auch nicht, wie auch immer. Zu guter Letzt habe ich noch die Hugh Hadimi Sync Box. Die habe ich ja schon seit längerem in Einsatz und hat ein paar Ecken und Kanten und ist eigentlich, ja, ist man ja mit den Hugh-Geschichten sehr, sehr glücklich, wenn man sie hat. In den meisten Fällen, zumindest ich und von vielen unseren Lesern höre ich das, von eigentlich den meisten. Es ist sicherlich nicht das günstigste Universum, aber eines, das beständig ist und läuft. Was nicht so läuft, ist eben die Hugh Hadimi Sync Box, die euch die Fernsehgeschichte mit dem Licht hinten dran bringt, denn die sollte ja schon im letzten Jahr ein Update bekommen. Dann hieß es auf die CES, dann hieß es Ende Januar, dann irgendwie Frühling, also so März, April, das ist auch schon wieder geplatzt und jetzt heisst es noch vor dem Sommer. Wir dürfen sehen, was das darin sein soll, ist die Bedienung über Universal Fernbedienungen, also so Bluetooth Fernbedienungen, ne Infrarot Fernbedienung meine ich, aber viel wichtiger die Unterstützung von Google Assistant, Amazon Alexa und Apple Siri, denn dann macht die Box deutlich mehr Sinn, wenn ich die per Sprache aktivieren kann. Aktuell muss ich da immer zuerst die App rausfischen, das Ganze aktivieren, dann den HDMI Stream starten und so weiter. Also wer so eine Box hat, der weiss, dass es nicht gerade einfach ist aktuell. In diesem Sinne, das waren es mit den Neuigkeiten und wenn nicht alles anders wird, werde ich ab nächster Woche wieder euch die ganzen News zusammenstellen, von Montag bis Freitag. In diesem Sinne, euch ein schönes und erfolgreiches Wochenende, wenn ihr es geniessen könnt, egal ob im Homeoffice, ob draussen, an der Front, an der Front, genau, einfach draussen oder wo auch immer, geniesst das Wochenende mit und ohne Arbeit. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.